Guten Morgen. Bitte, wie auch immer. Heute nochmal ein Beinchen, aber ein bisschen eine andere Belastung, eher koordinativ anspruchsvoll. Und dann nehmen wir uns nochmal den Bauch vor. Ausfallschritte seitlich, guckt wieder, ob ihr euch irgendwo festhalten müsst, an einem Stuhl oder sonst so was in der Art und Weise, dass ihr das halt relativ sicher macht, gerade für das Kniegelenk. Ihr steht, braucht ein bisschen Platz, dann geht ihr seitlich rüber, soweit ihr könnt, und versucht über das Bein wieder aufzustellen. Geht wieder zurück und versucht hier wieder über das Bein aufzustehen. Es ist im Grunde wie Ausfallschritte nach vorne, nur, dass so die Kniegelenkmuskulatur etwas anders belastet. Quasi den Fokus auf andere Muskeln weg. Ich muss das natürlich ein bisschen koordinieren, dass sie nicht umfallen. Dann macht ihr 5-10 Stück pro Seite und dann gehen wir in die Superman-Stellung, Backenlager. Das heißt, die Beinchen sind in der Luft, möglichst flach über der Erne, dass die Ferse nicht aufliegen. Und die Arme macht ihr hinten auch lang. Und hier, wenn möglich, lasst ihr die Schultern von der Erde weg, dass ihr nur von Rücken aufliegt. Und das halten wir so lange, bis sie ja nicht mehr werden. Dann kurz voratmen und dann kommt wieder der Wechsel. Ausfallschritte ist eigentlich hier rüber und hier hin. Okay, ihr könnt noch mal ein Komplex, vielleicht noch mal kurz ruhig atmen. Aber eigentlich kann man das ja nicht immer noch ruhig bauen, egal die Geschichte. Guckt mal, so 5-10 Runden sind auf jeden Fall drin. Und in der Geschichte denke ich mal auch mehr. So lange ist es noch da, ihr kriegt keinen Superbinder hin. Hochfrei, bis gleich. Hochfrei, bis gleich.